Die Going-to-Future-Zeitform ganz einfach auf Deutsch erklärt. In diesem Video zeige ich dir die Bildung des Going-to-Future, die Verwendung, Signalwörter, Aussagesätze, Verneinungen, Fragen und den Unterschied zwischen der Will-Future-Zeitform und der Going-to-Future-Zeitform. Los geht's mit der Bildung. Going-to-Future wird in der englischen Sprache eigentlich eher Simple-Future genannt. Und das ist die gleiche Zeitform wie die Will-Future-Zeitform. Das habe ich in dem vorherigen Video besprochen. Falls man das noch nicht gesehen hat, kann man sich das natürlich nach diesem Video angucken. Going-to-Future ist also eine Zukunftsform und es wird wie folgt gebildet. Wie man hier rechts sehen kann, man braucht also eine Form von to be plus going-to plus Infinitiv. So, und die Form von to be, das kommt jetzt darauf an, um wen es in dem Satz geht. Wenn da I steht, dann wird aus to be am. Wenn da you steht, dann wird da aus are. He, she, it is, we are, you are and they are. So, hier jetzt ein Beispiel, damit das ein wenig klarer wird. I am going to watch a YouTube-Video. Ich werde also ein YouTube-Video gucken in der Zukunft. You are going to watch a YouTube-Video. He, she, it is going to watch a YouTube-Video. We are going to watch a YouTube-Video. You are going to watch a YouTube-Video. They are going to watch a YouTube-Video. So, das super einfache an dieser going to future Zeitform ist erstmal, dass going to bleibt immer gleich. Also wie man hier ganz klar sehen kann, steht da immer going to. Das einzige, was sich verändert, ist die Form von to be, wie gerade eben schon gesagt, zum Beispiel I am, you are, he, she, it is und so weiter. So, das weitere einfache hieran ist, dass das Verb, das Grundverb, worum es um den Satz geht, in diesem Falle hier watch, bleibt auch immer gleich. I am going to watch, you are going to watch, he, she, it is going to watch und so weiter. Dass man das nie verändern muss, das finde ich so super in der englischen Sprache und so viel einfacher als in der deutschen Sprache. So, jetzt zur Verwendung. Wann verwendet man das going to future, die going to future Zeitform? Erstens, wenn es um Pläne geht. Beispiel, I am going to travel to England. Ich werde also nach England reisen. Das ist ein konkreter Plan, also wenn ich das jetzt konkret geplant habe, dann kann man sagen, I am going to travel to England. Zweitens, absehbare Ereignisse oder Vorzeichen. Zum Beispiel, you are going to fall if you don't tie your shoelaces. Du wirst also hinfallen, wenn du keine Schleife machst, heißt der Satz sozusagen auf Deutsch. So, Signalwörter. Es gibt eigentlich keine richtigen Signalwörter für die going to future Zeitform, meiner Meinung nach. Logischerweise geht es hier aber um die Zukunft. Das heißt, wenn da so Wörter stehen, wie zum Beispiel in three hours oder in a month oder in four years, also in drei Stunden, in einem Monat oder vier Jahren oder next week oder next Tuesday, also nächste Woche oder nächsten Dienstag zum Beispiel oder tomorrow. Also jedenfalls Zukunftsform, okay? Dann kann es sein, dass es sich da um die going to future Zeitform handelt. Hier jetzt Aussagesätze. Erstens, I think I'm going to work in London next year. Ich denke, ich werde in London arbeiten, wann nächstes Jahr. Zweitens, I'm going to play football later. Hier steht jetzt nicht I am, sondern I'm. Das kann so abgekürzt werden. Das heißt, aus am kann man einfach nur am machen, wenn es geht. Also hier zum Beispiel, I'm going to play football later. Ich werde später Fußball spielen. The school term is going to start next week. Das Schuljahr wird also nächste Woche starten. They are going to cook dinner tonight. Sie werden heute Nacht Abendessen kochen. Jetzt die gleichen Sätze als Verneinungen. Erstens, I think I'm not going to work in London next year. Zweitens, I'm not going to play football later. Die gleichen Sätze wie eben, jetzt nur als Verneinungen. Und wie man hier sehen kann, kann man einfach not sagen. I think I'm not going to work. I'm not going to play football later. The school term isn't going to start next week. They aren't going to cook dinner tonight. Die Verneinung des going to futures ist meiner Meinung nach also sehr leicht, wie man hier sehen kann. Sehr oft kann man einfach not sagen. I'm not oder I think I'm not. Hier zum Beispiel mit den ersten zwei Sätzen. Wenn es sich um etwas handelt, wie zum Beispiel das school term, was also eher it is, etwas, was etwas ist, dann kann man is not sagen, isn't. Wenn da they am Anfang steht, dann kann man zum Beispiel aren't sagen. They aren't going to cook dinner tonight. Aren't ist also die Verneinung von are, also are not sozusagen. So, jetzt die Sätze als Fragen. Erstens, am I not going to work in London next year? Werde ich nicht in London arbeiten? Nächstes Jahr, werde ich nächstes Jahr nicht in London arbeiten? Jetzt fängt der Satz mit am I an, weil es sich um eine Frage handelt. Zweitens, am I not going to play football later? Wieder fängt der Satz mit am I an. Isn't the school term going to start next week? Aren't they going to cook dinner tonight? So, und jetzt zum Unterschied zwischen der Going-to-Future-Zeitform und der Will-Future-Zeitform. Die Will-Future-Zeitform benutzt man bei Vermutungen, Annahmen und Vorhersagen, spontanen Entschlüssen und nicht beeinflussbaren Handlungen. Mehr dazu in dem speziellen Video, das ich über das Will-Future gemacht habe. Wie schon gesagt, das kann man sich nach diesem Video angucken, wenn man das noch nicht gesehen hat. So, die Going-to-Future-Zeitform benutzt man bei Plänen zukünftige absehbare Ereignisse oder Ereignisse, die sich durch Vorzeichen ankündigen. So, das ist jetzt ein wenig verwirrend, okay, das gebe ich zu. Deswegen jetzt noch hier ein Beispiel, okay. Man kann sehr oft Will oder Going-to verwenden. Zum Beispiel, I think it will rain tomorrow. Oder, I think it is going to rain tomorrow. Beides ist okay, beides kann man sagen, kein Problem, beides ist hier richtig. Es geht ja einfach nur um Regen, okay. Das heißt, es wird wahrscheinlich morgen regnen, laut Wetter bricht. Deswegen kann man, I think it is going to rain sagen. Oder, I think it will rain tomorrow. So, jetzt hier noch ein Beispiel. Die Frage ist, are you busy later? Hast du später was vor? Jetzt kann man zum Beispiel sagen, I think I will read a book. Oder, I think I am going to read a book. Wieder kann man hier beides sagen, okay, es ist eine Vorhersage, aber nichts Konkretes ist geplant. Man denkt also, dass man später vielleicht ein Buch lesen wird. Hier jetzt noch ein Beispiel, are you busy later? Und hier muss es jetzt die Going-to-a-Future sein wegen der Antwort. I am going to visit my girlfriend. Warum muss es jetzt hier die Going-to-a-Future-Zeitform, warum muss es jetzt hier die Going-to-a-Future-Zeitform sein? Weil es ein genauer Plan ist. Es wurde schon entschieden, bevor dieses Gespräch stattgefunden hat. Okay, das hat man schon vorher so geplant. Und in diesem Fall muss es die Going-to-a-Future-Zeitform sein. Sein, okay? I am going to visit my girlfriend. Ich werde meine Freundin besuchen. So, falls du jetzt noch nicht alles verstanden hast, dann guck dir dieses Video nochmal an. Die Going-to-a-Future-Zeitform kann für manche ein wenig verwirrend sein, okay? Falls du jetzt alles verstanden hast, dann mach mit dem nächsten Video weiter, dem Going-to-a-Future-Zeitform-Quiz. Falls es noch Fragen gibt, schreib mir unten ganz einfach einen Kommentar und ich werde dir dann so versuchen, weiterzuhelfen. Ich habe auch Videos gemacht für jede andere englische Zeitform. Die kannst du dir kostenlos auf meinem Kanal angucken und so Englisch lernen. Falls du dir neu bist, natürlich abonnieren und ein Like da lassen. Und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.